ja hallo ihr lieben christian hemmscher meyer partner report coach beziehungscoach und so weiter und mit meinem video blog hier ja heute geht es um das thema manifestieren aus psychologischer und spiritueller sicht weil jetzt erstmal zum letzten mal die manifestation stelle in stoß geht macht sie mal mit die ist echt cool ich würde wirklich mal ausprobieren also wir streifen auch viele themen so mit ganz vielen übungen und ist echt cool und ja also ich mag mich ja an dieser linie bewegen zwischen psychologie und spiritualität ich finde ich super spannend und da so kleine ausflüge zu machen sag ich mal und ja so eine bodenständige nachvollziehbare spiritualität zu leben und ja manifestieren ich meine wenn du jetzt sagst ich will ein glas wasser und du machst ein wasserhahn auf und da kommt wasser rein hast du im grunde genommen das wasser auch manifestiert ist jetzt keine große kunst aber ja wenn jetzt also ich weiß ich was ich heute mal sagen will dass final diese konzepte übereinander liegen also wenn ich jetzt ein leistungssportler bin und ich habe einen psychologen und der arbeitet mit mir an meinem mindset und wir machen fantasie übungen wo wir durchgehen wie irgendein sport event total cool läuft und geil läuft und ja dann ist das im grunde genommen nichts anderes als was man wenn man sagen würde ja ich versuche das jetzt zu manifestieren ja durchaus ähnliches verfahren aber es gibt natürlich andere schwerpunkte wenn ich das psychologisch angehe dann geht fällt auf glaubenssätze direkt so wenn ich mir das spirituell angehen würde würde ich viel mehr an einer schwingung arbeiten an ja keine ahnung sondern leichtigkeit zu kommen worum ist es überhaupt so wichtig wie dieses spiel ausgeht und solche sachen ist vielleicht ein anderer also finde ich auch ein super spannende auch eine sache die wir brauchen können andere geschichte aber es ist jetzt nicht so weit weg so ne und ja und dass das persönlich finde ich auch wichtig gerade wenn ihr euch gleich bespürt heute interessiert klar man macht das was man macht aber ich finde es wichtig dass man sich da guckt dass die sachen für einen wirklich nachvollziehbar nicht sind und nicht so absolut wo weiß ich nicht was also ich finde gerade also was mir wirklich auffällt hat so diese ganzen clickbait titel die man so sieht und weiß ich auch nicht ob das dann so spirituell ist wenn man da weiß ich nicht wenn du jetzt nicht hier drauf klickst auf diesen beitrag dann ist es so und so oder dann hast du das und das verpasst oder also ich weiß auch nicht aber egal fest steht auf jeden fall dass es im spirituellen bereich auch ganz viel ego gibt und ego ist wirklich eine trickige sache das muss man wirklich muss man wirklich sagen also guckt wirklich dass das mit euch wirklich resoniert und das ist ja irgendwo nachvollziehbar ist so ne also das finde ich persönlich wichtig und wenn für euch total abgefahrene sachen spirituelle sachen nachvollziehbar sind ja das ist alles gut so alles alles super es sollte nur auch ein einfluss haben auf euer leben und irgendwie das gefühl hat ja das seitdem ich mich damit beschäftige geht es mir so und so besser oder kann ich das und das besser händeln oder manifestiere ich mehr oder ich weiß es nicht letzten endes soll es natürlich funktionieren irgendwie und nicht irgendwo story sein die man sich erzählt sage ich mal und wenn funktionieren ist das ist was man sich einfach nur besser fühlt dann ist ja auch schon super viel gewonnen aber ja also deswegen auch im anschluss an das video gestern so allein wenn du wirklich darum bemühst was ich immer wieder sagen nice geiles leer also nice geiles leben dich gut fühlen was ja echt schon super aufgabe ist in dieser zeit ich meine pandemie ist nicht vorbei jetzt was jetzt kommen erst mal die ganzen pleiten wahrscheinlich und die ganzen leute die psychisch da schaden genommen haben und das ist ja alles nicht vorbei also in dieser zeit aber wir wollen nicht darüber reden in dieser zeit da in der hohen schwingung zu bleiben geht geht natürlich nicht jeden tag müssen auch gar nicht aber da zu sagen ich bemühe mich dass es sich dass ich in meiner blase lebe dass ich gute energien hier ins feld rein gebe das ist echt schon super viel und das ist es es ist gut fürs 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 für die gesamtheit und es ist gut für dich irgendwie so und ja das ist ja glaube ich auch wenn wir auf eine höhere schwierungsebene kommen dass ich das immer mehr angleich das für einen selber gut ist und was für die gemeinschaft gut ist dass sich das immer mehr deckt und hoffentlich dann in eine gute richtung geht gratis da wieder ist ja wirklich ramba auf der welt ja ich bin auch sehr dabei im nahosten war da ja mal auch so mal paar therapeutisch ausbilder mäßig tätig und habt ihr auch mit palästinensern zusammengearbeitet und man das tut mir alles so leid was da passiert das ist echt furchtbar und aber können wir auch gute energien hinschicken und ist ja auch da letztlich immer das gleiche dieses aktion aber da wollen wir jetzt auch nicht drüber reden fällt mir nur gerade so ein dazu auch da ist einfach so wichtig denke ich ja gute gute energien ins welt zu geben und und mitgefühl zu haben dafür für alle beteiligten so ja in diesem sinne ganz bald wieder sehen